Ein klinischer Chemiker ist ein Laborspezialist, der in einem Krankenhaus arbeitet. Die Hauptaufgabe eines klinischen Chemikers besteht darin, Blut und andere Körperflüssigkeiten im Auftrag von Fachärzten zu analysieren. Bevor ein Arzt eine Behandlungsmethode bestimmen kann, ist es wichtig, dass der Arzt genau weiß, mit welcher Krankheit er es zu tun hat. Es ist der klinische Chemiker, der im Auftrag des Arztes das Blut oder andere Körperflüssigkeiten untersucht, sodass der betreffende Arzt schließlich einen Behandlungsplan erstellen kann. Ein klinischer Chemiker kann Blut-, Urin- und Rückenmarksflüssigkeit in einem Labor durch den Einsatz verschiedener Instrumente und Geräte untersuchen. Im Allgemeinen wird ein klinischer Chemiker die Forschung nicht selbst durchführen, da es dafür anderes Laborpersonal gibt. Ein klinischer Chemiker kann die Person sein, die letztendlich für ein Krankenhauslabor verantwortlich ist, aber das muss nicht immer der Fall sein, da es auch mehrere klinische Chemiker innerhalb eines Labors geben kann. Ein klinischer Chemiker kann auch der Leiter bestimmter Forschungsbereiche innerhalb des Labors sein. Ein klinischer Chemiker, der als Leiter eines Labors arbeitet, kann auch als Manager gesehen werden. In diesem Fall ist der klinische Chemiker auch für alle zusätzlichen administrativen und finanziellen Aufgaben im Zusammenhang mit dem Labor verantwortlich. Die Arbeit eines klinischen Chemikers kann als wichtige und fachliche Arbeit angesehen werden, die den richtigen Spezialisten überlassen werden sollte. Der Beruf des klinischen Chemikers ist ein Beruf auf Universitätsniveau. Ein klinischer Chemiker ist in der Medizin und den Naturwissenschaften beschäftigt, was in diesem Fall in der Regel praktische Forschungsarbeiten beinhaltet. Darüber hinaus kann ein klinischer Chemiker für die Durchführung wissenschaftlicher Forschung verantwortlich sein.